Du folgst mir auch. Lass mich wieder da runter, okay. Oh, scheiße, ähm, ich muss da durch. Alter! Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? Warte, ich muss einfach irgendwo hinfließen lassen, glaube ich, dann gibt kein Alarm los oder so. Ach, da gibt es sowieso keine Alarm los. Bist du blöd. Okay, dann decke ich da jetzt mal alles auf. So, ja toll, jetzt ist der Alarm-Roof-Platz, sehr klar. Nach unten, nach unten, nach unten. Ach, Mist. Alter, ich trupp doch schon weg. So. Natürlich auch sein kann, dass er gleich so ein Ding war, aber... So, folgst mir mal, ähm, und dann schauen wir mal, was es da zu holen gibt. So, da sind jetzt auf jeden Fall keine Gegner mehr, weil die haben wir schon mal umgebracht. So. Wo ist denn das gewesen? Hier, okay. So. Also ich habe jetzt den Napalm, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, der ist hier leider auch keiner, dass ich ihn für mich arbeiten lassen kann. Aber Hackerstiller 3 haben wir hier. So, jeden Hacker einen gesunden Hacker machen. Ah, das ist das, was wir gerade weggegeben haben vorher, glaube ich. So, das mal uns etwas hacken, halt eine große Mengen Gesundheit und Eve wieder. Das ist nämlich das hier, genau. Das tauschen wir aus. Jetzt hat er mich jetzt wieder geergert, wahrscheinlich. Ich hätte das wieder ändern müssen. So, okay, dann schauen wir mal, welche Schmerzen an mich zukommen. Äh, Rosie-Helme, Rosie-Helme, Rosie-Helme. Gibt es da nur Rosie-Helme? Nicht lang. Oder? Ja, okay, dann ist ja klar. Uah. Och nö. Was war das? Jetzt wähle nun noch die Kermone. Die findest du in der Little Wonders Educational Facility. Okay. Was ist denn weg der? Ich kann den Trick, vielleicht haben wir das noch nicht mehr. Die Kamera brennt natürlich. So, wenn ich es nur in den Gefahren bin, natürlich ist es okay. Brennt es einfach höher. Kein nicht so viel verballern. Wie geht es nur, wenn ihr dir auch nicht das Geld habt, kümmern? Ja. Das gibt es sowieso keine anderen möglichen Artikel. Also, dann mache ich das hier schnell und dann gehe ich nach Hause und fertig. So, dann mache ich den jetzt noch schnell. Den Big Daddy und dann sollte ich mal wieder... Dann sollte ich mal wieder einen Automaten suchen. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon anfangen kann. Also, ich weiß nicht, ob ich das war, dass ich los Ich glaube, dass es ein paar natten geht. Also, ich weiß, dass es noch nicht so viele Fertig ferns nicht ist. Oho! Ich weiß nicht, ob es hier in den concunden ist. And... ich bin wieder nicht so tot ok da rennen wir noch um dankeschön, achso, du musst doch durch, ja so toll ok ich brauche einen Automaten, bin zu schnell nicht mehr so viele Gegner bitte, damit ich mich hier konzentrieren kann ich will dann noch Verbandszeug kaufen sollte doch nicht da ok, boah, das geht nur noch abgeräumt so Automaten und dann muss ich da wieder zurück, aber ich... warum gibt es da eigentlich einen Munitionsautomaten in dem scheiß Labor? Adlaz ist ein Freund des Parasiten, seien Sie kein Freund von Adlaz und warum muss ich... merke ich gerade warum muss ich... ist da ein Automat? ja, da ist ein Automat danke, danke machen wir Auto hacken aber ich schau mal ob es hier dieser... dieser Hurensohn gibt nein, äh Verwandsfesten vorhin habe ich hier kommen ein geiziges Arschloch man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden Mensch Hauttransplantat und Organe alles kommt direkt in den Anzug sonst funktioniert er nicht Ryan sagt Big Daddy sind zu teuer Ryan kann mich mal muss ich jetzt was machen bevor er irgendwas in die Luft fliegt verkaufe ich immer noch Wunderspässen ich werde da genauten ich habe sowieso sowieso viel Kohle mach das einfach alles mal an mal schauen ob das was bringt hm ist das noch nicht aber ich muss dann noch mal kurz kurz zurück kurzen Moment um das Geld von denen zu holen da waren die drin na 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 ja da war er mit 88$ der hat auch noch ein bisschen Geld gehabt hoha okay sind wir fast voll können wir noch ja nochmal ein Beispiel der Ganaten bisschen Schrot noch so gut dann holen wir uns das letzte Zeug das hier hinten ist ach ja genau ja genau ich würde einfach noch nach links müssen so ach im ersten Teil das war schon ein Big Daddy ich dachte es wäre dann ein zweiter Teil aber im ersten Teil wird man einfach zwei ok ok nach der ersten Ausgang hätte ich einfach da gehen können wo ich vorher war dann wie werde ich auch zum Ausgang kommen wenn ich meine weißt du eigentlich solltest du mir dankbar sein ich habe dich hierher gebracht ich habe dir gezeigt wer du wirklich bist alle haben dich immer nur angelogen bis ich gekommen bin so da habe ich in der Testaufnahme schon mal reingeschaut und gesehen dass da eine Kamera geräusch ist das hört nämlich hier gleich der Banzer brachende Muni nichts wundern ich würde schnell aufzunehmen treffen wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt auf die Pheromone aber man kann sich das nicht einfach drauf klatschen wie Aftershave man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy ich verwende die ganze Dämonischen Schrott darum warte mal ganz kurz mach das Messingrohr hier ich hoffe ich sehe das nicht die ganze Sätze oder in dem zweiten Teil das ist ausgetauscht mhm das ist ausgetauscht der Monster richtig wo sind wir jetzt? da hinten schnell sein wollen komm her hör es ja das ist ja fast Tür 3 Ich geh die Lars Schnee oder da rum und dann. Ach, das weißt du nicht. Ah, warte mal kurz, ich busse. So, ähm, das geht ja auch. Ich hab irgendwie... Ah doch. Achso, wir laden mal nach hier. So, wir sind der Tipp jetzt. Hallo, Spacko. Welt, danke. Sehr nice. So, der ist tot. Viel Zeug. Kriegt er die Pyromone, stehen da einfach rum, okay. So, was haben wir da unten eigentlich noch? Ist das nur Zellen oder kann man sich da rein oder rein oder rein oder rein oder rein? Ja, hab ich doch schon. Hier ist nix. Achso, das ist ein D. Oh, okay. So, das ist ein D. Oh, okay. Funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Hm. Schande. So, dann sprich ich mich mal an. Können wir gehen noch mal. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geduch der Pyrrhomone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Okay. Ich hab kein Fall noch. Da wäre ich kein Fall. Achso, die Nispleister. Wo? Okay. Beght er dir? Kommst du? Ah. Warte, ich muss. Ich weiß nicht mal, wer da auf mich fallert. Achso, da hin. Daddy, ball mal. Nicht so. Egal. Zumindest so da oben. Voll ist hin. So, ist hier drin was. Ach, hier sind sie. Achso. Okay, gut. So ist es auch. Warte, äh. Liefspritze, mach ich. Okay. Nicht hier reinschauen, Daddy. Das ist nichts für dich. Ah, okay. Äh, oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. So, das leuchtet immer noch. Warum lade ich den da nicht mal rein, wenn ich schon dabei bin. Ich hab mir gedacht, so, ähm, dann muss ich jetzt, das weiß ich immer noch nicht, wohin. Das ist sehr schwer. Nochmal hier im Autoheck. So. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich hab mal wieder einkaufen, das macht sich ja absolut nicht. So, aber zum Bereichen ist egal, so, damit wir wenigstens noch ein bisschen mehr Platz für. Nun, ich hab wieder. Oh, ich hab jetzt nicht mehr da. Oh, das ist die Mine von Begdelle gewesen. Ist es. Ist der überhaupt noch hier irgendwo? Also, ich hab hier mit dem Panzerbräuchern und dem Zeug drauf. Kommt er hierher? Wer wird da? Okay. Neuzeuge gar nicht drauf, aber... Okay, das ist ziemlich viel Zeug. Entziehenproben. So. Ach, da ist der Letzte. Also, nur in Riegel. Ich bin ein Big Daddy geworden. Schiefern. Okay, hier ist er, aber hier werde ich nicht mehr herkommen. Schiefern. Hatte ich schon gehofft, weil sonst wäre das ziemlich unnötig, was ich da gemacht habe. So. Tatsam, vergab das Automat. War da gar nicht einer. Ehm, egal. So, jetzt zeige ich wieder Pfeile. Hui. Oh, Antipersonen. Nein. Pass mich raus. Komm nicht noch raus. Nein, ich hab alle Antipersonen verschwendet. Raun. Scheiße. Oh. Toll. Da fehlt, dass da nichts drin ist. Da reingegangen. Ach, dieser blöde Mann. So, das bringt ja nichts mehr, denn wir haben es ja gerade... Oh, lol, jetzt ist das Wechseln. Okay, jetzt sind ein Schatten da durch. Das muss man auch nie auffallen, ne? Was, der sagt man, ich muss hier rein, oder was? Was ist das? Da drin gibt es eine Tür, aber... Ich kann mich nochmal drücken, so. Ach, ich muss auch durch. So, ich bin mit Daddy. Da ist niemand mehr. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Und freie Menschen. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Was ist jetzt? Ist ja schon los, nein, hier war ich ja vorhin schon. Aber wer habe ich können vernehmen? Mal wieder... Ah, okay. Du musst sie aus jedem Versteck locken. Dann werden sie dir die Tür öffnen. Wo ist das Versteck? Ah, hier. Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Rohrzange? Die benutze ich doch nicht mehr. Na, dann machen wir das so. Da unten, okay. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den kleinen Beruhtsag umgehst. Ach, meine kleinen Ländchen. Ich versuch's. Ah, okay. So, du musst die Lidl-Süsser beschützen. Hallo, ist da die Tür öffnen? Da ist die Tür setzt, oder? So. Okay, bist du bereit? Dann gehen wir. Ach, zum Drehnisgelände müssen jetzt. Aber das sehen wir erst im nächsten Part von Let's Play Bioshock. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und... Also in der nächsten Aufnahme. Ich mach jetzt ganz kurze Pause. Also... Ja. Und dann... Sehen wir... Das Drehnisgelände. Bioshock HD funktioniert nicht mehr. Aber es war vorher speichern, oder? Die vielleicht... Werd ich vielleicht mal schanzeln. Das schau ich auf jeden Fall. Und ich danke euch noch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs... Bis zum nächsten Mal, eure Firma. Ciao. Okay.